willkommen zu einer kleinen infofolge pokémon go noch mal wir haben gerade den stream beendet mit der meldhan box ich muss noch mal sagen respekt 81 euro spenden richtig fett ihr dreht alle durch der adi wird sich auf jeden fall freuen ist ja seine kohle nicht meine kohle und ja ich sehe einfach ihr habt den voll ins herz geschlossen thomas hat mir geraden dass ich das ende aus dem stream rausschneiden soll und extra hochladen weil da gerade noch ein artikel von go games reingeflogen ist da ich das aber weil es direkt auf youtube ist irgendwie nicht runterladen kann um dann als extra video zu machen ich war keine ahnung wo das problem ist will ich das einfach noch mal ganz kurz zeigen denn es ist schon wieder eine datamine rausgeknallt worden graues ticket und mehr pandifrost kostüme und guckt euch das mal an ein neues icon wird geboren das icon der pokémon go app wurde seit langem nun überarbeitet und entspricht dem thema des go festes 2020 welches von konfetti geprägt war wie findet ihr das sieht das schön aus ist das übertrieben war das ohne das konfetti besser wird das jetzt so bleiben braucht man konfetti eigentlich jetzt wo es dem winter zugeht hätten sie schneeflocken drum machen müssen und während des sommers über immer für jede season für jede jahreszeit dass sich das verändert wie bei den simpsons kennt ihr die springfield app von den simpsons da wurde auch je nach event sah das icon anders aus auf dem handy wenn ein weihnachtsevent war hatte das ein weihnachtseicon wenn halloween event war sah das brutal und böse aus es hat sich immer verändert bei pokémon das sieht immer gleich aus und jetzt wo es winter wird hauen sie da konfetti drauf aber egal ihr könnt eure meinung dazu reinschreiben und dann seht ihr hier pandifrost pandifrost ist die entwicklung von galapandimos pandifrost wurde nun im code der pokémon go app entdeckt so dass in der theorie nach jendik dieses pokémon jederzeit veröffentlichen könnte galaporenda hat gezeigt dass obwohl die kanto variante des pokémons regional ist dieses für alle spieler in sieben kilometer eiern oder in der gbl als belohnung verfügbar war bei pandimos könnten wir ähnliches erleben pandimos ach bei pandifrost pandimos pandimos auf jeden fall ein pokémon was jeden genervt hat und alle dumm finden aber guckt euch pandifrost an sieht das nicht genial aus mit seinem krückstock pupsi ist auch schon wieder da und macht irgendwas mit der cola und dann haben wir hier noch kostüme denn auch für pikachu wird es wohl wieder zwei verschiedene kostüme geben ein adventure hut ein winter kostüm für wie heißt der kribbel für bodogel wird es ein kostüm geben und diesmal sogar für pets neve sie hören also nicht auf mit ihrem kostüm wahn es wird immer weitergehen ich könnte mir denken dass aber diese abenteuer hut von pikachu vielleicht der ist den es schon gab und dass sie das einfach nochmal wieder bringen das weihnachtspikachu mit der weihnachtsmütze haben sie ja auch öfters gebracht so dass man mehrmals die möglichkeit hatte vielleicht sind es auch beides neue sachen werden wir dann sehen vielleicht deswegen abenteuer hut 2020 weil der 2020er aussieht als der 19er aber bodogel und pets neve mit kostümen klingt auf jeden fall interessant ja aber das sieht ja so aus wie es aussieht wenn das noch ein kostüm hat wer weiß vielleicht trägt über dem mandel einfach noch ein mandel eine rote nase auf jeden fall aber pikachu wenn das mit kostüm kam kam es auch immer als shiny bodogel als shiny gibt es ja auch schon was es noch nicht als shiny gab war pet wenn sie pets neve jetzt mit kostüm bringen fängt man das einmal und das war es normalerweise jagt man ja die kostümpokémon weil man die auch shiny fangen kann pets neve gibt es nicht als shiny wird das also als shiny eingeführt mit kostüm und danach gibt es das ohne kostüm auch als shiny das war ja bei damierplex auch so damierplex wurde als shiny eingeführt mit kostüm als rudolf und nach dem weihnachtsevent hat es das kostüm nicht mehr gehabt war aber weiterhin als shiny verfügbar vielleicht ist es diesmal genauso dann wurde noch ein graues ticket gefunden was es damit auf sich hat wissen die leute noch nicht wirklich vielleicht ist das so eine art season pass war ja schon mal auch im gespräch dass man vielleicht irgendwie einen season pass erwerben kann wie ein abo im shop dass man da was macht und hat dann bestimmte vorteile eine ganze zeit lang und kann das immer neu kaufen da gibt es aber noch keine keine weiteren infos dazu dann habt ihr noch ein button für alles auswählen ihr könnt nach bestimmten pokémon suchen und die dann alle mit einmal markieren wenn ihr zum beispiel jetzt schlechte pokémon ihr gebt eins und sternchen ein es zeigt euch alle schlechten in dieser kategorie und ihr könnt über select all alle dort auswählen wenn ihr eingeht feuer dann könnt ihr alle feuer pokémon mit einmal verschicken ich wüsste jetzt noch nicht ob das wirklich so gut ist oder nicht denn selbst wenn ich jetzt nach typen gehe feuer pokémon ich will ja vielleicht ja gut du selektierst alle und willst dann wieder die einzelnen ab die du doch behalten willst könnte man so machen wenn das mit meldhahn geht alle meldhahn die man fängt mit einmal markieren das beste dann demarkieren und dann rausschmeißen vielleicht müsste man die nicht mehr alle einzeln anwählen aber ich denke mal das haben die nur bei normalen pokémon die ihr sonst sowieso massenverschicken konntet und pokémon die nicht massenverschicken gehen wie legendäre oder mystische wirst du auch nicht über diese select all funktion anwählen können was will man da eingeben bei shinies oder so zum beispiel da sind mir die ev ja auch egal die würden ja vielleicht bei ein oder zwei sternchen auch aufkommen wählt es aber sicherlich nicht mit aus wenn ich die ganzen glücks pokémon weg haben will die schlechten also da habe ich angst dass vielleicht was wegkommt was vielleicht gar nicht weg soll deswegen würde ich das trotzdem extra auswählen dann ist die möglichkeit noch da dass ihr bestimmte markierungen an eurem pokémon anbringen könnt es besteht die möglichkeit bestimmte pokémon zu kennzeichnen mit einem etikett ihr könnt an einem oder mehreren pokémon verschiedenfarbige markierungen anbringen um diese besser zu kennzeichnen nach was will man das kennzeichnen julchen hat eben im chat auch schon gesagt das findet sie cool was will sie da kennzeichnen ja würde mich mal interessieren was man kennzeichnen muss nach was ihr da gehen würdet bildergalerie steht auch nochmal hier die auswirkung haben sie schon berichtet ja was die darauf hindeuten dass dieses feature bald bereit ist für die veröffentlichung okay was auch immer sollen sie eine bildergalerie einführen da ist nochmal kurze infosendung jetzt weil gerade der artikel frisch rausgekommen ist wie findet ihr das mit natürlich dem neuen icon mit pandy frost pandy frost auf jeden fall sehr cooler dude mit seinem krückstock kostüme bin ich gespannt shiny nicht shiny was das graue ticket ist schreibt es mal alles rein das war es von meiner seite aus diesmal brechen wir auch ab vor acht minuten dass die leute nicht immer sagen ich strecke das video immer auf acht minuten ist nämlich nicht so wir machen das pikachu hier weg ich zeige euch nochmal meinen schönen hintergrund hier aus dem stream mit meldhan das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses